was für ein scheiß da vorne seht ihr schon alles klar das hat nicht sehr gut geklappt so dann machen wir die jetzt erstmal so fertig ja hier du darfst gleich erstmal fressen bevor du noch dauer ist sehr gut was war eine nutte ey was für ein scheiß dreck scheiß zensieren ich hoffe hier ist jetzt kein kroko dass mich gleich ein bisschen ficken will das nehmen wir nochmal mit so alles klar dann gehen wir jetzt mal gehen wir dann mal am besten ich glaube das ist schlau wenn wir jetzt erstmal hierhin reisen und dann von da das andere gebiet machen dass es ein bisschen mehr frei ist mit denen steht jetzt noch hier und dann gehen wir jetzt hierhin und dann gucken wir mal weiter boah das fuckt mich gerade ab folgen ich schneide jetzt nicht mehr mit magix sondern mit premiere pro weil ich hab ähm ah das kann ich auch noch erzählen es hat mich ja nur minimal uh du bleibst bitte mal hier und scheiße wir wir werfen wir werfen nochmal so scheiße wie werfe ich das nochmal ähm so okay ähm nein ähm nein scheiß scheißdreck wie war denn das nochmal nein auch nicht ne das war die eule nein 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 okay guck ich mal kurz nach ob ich das hier kurz finde ähm weil das ist ja schon wichtig weil das ist ja schon wichtig äh da 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 komm nein so mit ah und dann das heißt nein nein ah scheißdreck man so ich hab's gleich ich hab's gleich ich hab's gleich ganz ruhig ähm wieso cool ah mobsrot stimmt stimmt ok 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 weil ich hab ja hier eben so ein weichschernd Digga oder sowas in der Art gesehen und das wäre ja ziemlich awesome wenn ich davon einen hätte hier sind irgendwo noch Feinde und da ist er ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ja man geil 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 na nice das ist ziemlich sexy und jetzt kann ich wenn ich wenn ich auf Dingens gehe nein erst mal wieder komplett alle falschen Tasten drücken ähm aber hier kann ich auch nochmal kurz gucken ähm 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 dadadadadadadam so ähm ich hab's sofort boah ich bin gerade so dumm ne ich bin doch hä ich hab doch nein 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 so das machen wir auch das machen wir auch nein wieder aus so oh gott sei dank ähm da können wir nochmal eins herstellen und was ist das hier ja ah ok das sind die steine alles klar sofort ah das hier unten direkt aber wir gehen jetzt erstmal da hinten hin wo wir meinten dass wir da hin wollen ok machen wir ja war hier schon einer ich glaub nicht ne ähm tja wie geh ich da jetzt am schlausten vor ich glaub ich geh mal nochmal nach oben und geh dann von oben da ran das ist glaub ich immer ne gute Idee vor allem da oben sind auch Feine dann kann ich die erstmal ficken ähm wisst ihr bescheid ne ach man das mit dem zensieren fuckt halt echt ab ey aber ich weiß jetzt schon ganz genau dass es nicht das einzige mal wird wo ich zensieren muss immer Far Cry du Mistvieh so da werde ich allerdings mal campen sehen wollen musst du jetzt hier mal kurz die entficken denen hier geblieben hier geblieben ok ähm stopp äh so ich glaub dann nutze ich gleich mal wieder meine Eule ich nutze jetzt meine Eule damit ich da mal reinfliegen kann und mal gucken kann was da unten so alles abgeht so da ist einer da ist auch einer da ist auch einer und das können auch nicht hier die einzigen gewesen sein da ist auch noch einer da ist auch noch einer da kriege ich nicht nur ein Stück runter wie jetzt was soll denn der ich war ja noch nicht fertig aber wahrscheinlich wegen dem Wasserkram ne so da ist noch ein Tier drin aber ich glaub soweit ich sehen kann war es das erstmal das heißt der hat erstmal einen richtig harten Held kassiert den kann ich nicht treffen ich glaub ich muss da runter auf die andere Seite von daher geht das glaube ich ein bisschen besser ok also so Keule wieder raus und einmal rum hat sie schon erledigt ich hab sie übernommen für dich ok von hier siehts auch schon ein bisschen besser aus so du bist der nächste der kassiert kleiner bisser kleiner bisser also es sind ja hier die Sniper des Jahrtausern ne ich muss mich verarschen wieviel würdest du noch aushalten ähm komm her her mit dir elf so weg mit dem wieso geht das nicht du kannst dich mal richtig hart ins Knie ficken du ah ich muss mich jetzt erstmal heilen stopp ok da ist nen Wolf den hab ich schon du kannst dich mal ein bisschen entspannen da oben du Wichser ok den muss ich mit dem Bogen töten easy viel zu leicht man viel zu leicht viel zu leicht ok das war naja du kannst mal deine Lage jetzt stellen ey so kann ich hier noch irgendwas großartig tolles machen hier gibt es auch immer diese anderen finde ich auch zu packabust so ähm du komm schon nochmal her warte schön kann ich hier noch irgendwas machen ja nein nein Z So Hier Alles cool, nehme ich erst mal das Fleisch mit Ja, mein Gott So Okay, wie geht's weiter? Ähm Ich würde mal sagen Hier hin und dann da Zu ihr Weiter geht's Wieder nach oben Da 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 Ey, wieso bleibe ich eigentlich immer bei so einer scheiße Stecken? Kann ich die kleinen Viecher eigentlich auch zähmen? Oh, mein Gott Fick dich ins Kiel Fick dich ins Kiel Essen Oh, mein Gott Oh, mein Gott Nice Nice Wie jetzt Wie jetzt Bleib hier Als Moin Ich hab dich gezähmt Wo ist er hin? Nein 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 Nein, dass ich Nein Nein Jetzt hab ich gar kein Tier mehr So, erstmal Fähigkeiten Okay, machen wir das nochmal Haben gerade nur einen Punkt Verdammte Scheiße, wie war denn das hier nochmal? Nein Muss mal kurz durchtesten, weil ich schon wieder vergessen hab Wo der ganze Scheiß hier rumliegt Nein 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 Da stand hier doch irgendwo Aber ich drück noch B Ah, jetzt Ich wollte schon sagen Wie jetzt Hätte der den nicht gezähmt Boah, das schon Das ist Boah, ist das sexy Boah, ist das geil Leck mich am Arsch Okay Okay, wir wollten Allerdings Willst du das echt machen? Nein, willst du nicht Okay Gut, dann gehen wir mal weiter Wir haben uns ja noch was markiert Hier, kann ich die Fische jetzt eigentlich auch Ah, ne, das sind die kleinen Die brauche ich nicht Bitte lass mich da hochkommen Bitte, 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 bitte Nein Okay Muss mal kurz Was mit B? Das klappt auch irgendwie nicht immer, ne? Weil ich drück gerade Okay, einmal kurz vielleicht Okay, die kleinen Dinger kann ich Pull doch Zähm noch Danach kann ich den ganzen Scheiß machen hier Nein Okay Dann laufe ich jetzt mal wieder hoch Aber mit den Tieren zähmen Das ist schon ziemlich sexy Muss ich sagen Okay Das war gerade nur was anderes Komm ich da irgendwie so hoch Oder muss ich da wieder auf Kompliziert Wow Mein fertig, mein fertig Sexy Sexy Sehr sexy So, noch einmal streicheln Das ist so richtig geil Oh Ey, das ist so awesome, ne? Das ist so awesome Okay Okay, okay Weiter geht's Okay, also Ich darf nicht vergessen zu sensieren Ey, eine lila Pflanze Die hatten wir noch nie Okay Haben wir jetzt hier wieder so eine Halbnackte Tusse rumstehen Die mir wieder irgendwas sagen will What the fuck Ne, hier sind nur Kerle Okay Kann ich sonst noch irgendwas machen? Ich glaub nicht Ey, aus dem Weg Nein Nicht N M wollte ich machen Zu ihr will ich hin Und wer Die Tusse ist nackt Hier Gibt's wieder Steine Da oben ist das Hören wir am besten an Schau mal dein Leben Und das Oh, das sind unsere Alles löcheln Nein Nein Stopp Ich wollte euch zähmen Willst du das echt machen? Bam, Junge In deine Fresse, du Bastard So Hier, die nehmen wir auch nochmal mit Sieht nämlich geil aus Oh Komm, mach den Schriftzug weg Schau mal dein Leben Ich bin Toch Oh So Toch Wir haben Ja Sie taugata. Duas aushwalimsam arsi. Ars hafchu waidam, quatis salka daicham. Magish waars tamama faddi. Hu quatis salka daish. Aish haswaidata. Tu shi guash. Hu ha 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 ha. Okay. Ars, chagwash. Wir haben einen Fähigkeitspunkt, der bringt uns einen Scheißdreck. Hier gibt es wieder so ein blaues Händchen. Okay, ich darf da nicht rein. Liegt der hier vorne irgendwo? Ah, ich muss extra später nochmal hinkommen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja, hier ist ein Bär. Muss ich den jetzt töten oder kann ich den auch einfach zähmen, weil das wird viel cooler. So, da unten geht es lang. So, hier hat er was gefressen. Untersuchen wir natürlich schön. Nehmen wir es aber natürlich nicht mit, schade. Und hier ist er runter gegangen. Da vorne hat er wieder was gefressen. Er frisst nämlich viel. Muss man schon mal sagen. So, hier nochmal. So. Hallo. Oh, hier hat er einen Menschen gefressen. Easy. So, unten ist er lang. Holz nehmen wir immer gern mit. Und ich sehe gerade, ich kann irgendwas machen. Warm. Wo ist er lang? Hier nach unten. Okay, auf geht's. Ich finde das so geil mit den Tieren. Da muss ich schon mal sagen, finde ich richtig, richtig awesome. Können wir noch was machen? Natürlich immer alle schön unterwegs mitnehmen, wenn man sowieso dran vorbeikommt. So, lass mich raten, er ist da weiter runter. Spüre den Bären auf. Ja, ne echt. Oh, kann ich die Dinger jetzt? Chill. Okay, die sind auch nicht so sexy. Ich glaub, hier hat er bisschen was gesnackt. Bisschen mehr. So. Bisschen mehr. Wenn ihr mal kurz zerflaschen. Komm mal her. Na ja, guckt dann. Verpisst euch doch. Kommt nicht erst an und sagt, ihr wollt spielen, wenn ihr dann doch nicht kommt. So. Hier natürlich schön wieder mitnehmen. Ja, erstmal was fressen. So. Natürlich schön. Immer alles mitnehmen. Unsere Tasche ist schon voll. Ist unsere Tasche auch hiermit schon voll? Hier. Sieht nicht so aus. Oder hier können wir noch mal versuchen. Hier ist auch durch. Ist natürlich voll. Wir laufen einfach mal weiter und snacken uns alles hier auf dem Weg. Auch wenn es teilweise schon voll ist. Aber ist ja scheißegal. Ähm. Bin ich low? Dass ich den Burner kann noch nicht. Doch. Alles cool. Okay. Ähm. Ähm. Ah. Hier vorne ist er wohl irgendwo. Ähm. Ja. Ich wollte ja noch gerade erlegen. Aber muss ich ihn jetzt selber erlegen? Oder habe ich dabei? Nope. Und ich muss laufen. Ey. Ich dachte, er folgt mir jetzt. Kleiner Pisser, du sollst nicht weglaufen. Warte, ich kann noch. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das hier am schlauesten und es wird schon wieder Nacht. Und das war ja nur minimal dumm von mir. Ähm. Komm schon. Ja, wo ist er denn jetzt? Der dumm ist er. Du sollst nicht aus dem Gebiet laufen, du kleiner Pisser. So. So. Ha. Wie hat er noch mal gebaut, du? Ich würde mal sagen, easy, ne? Total easy. Können halt nix die anderen. Aber naja, mach doch halt nix, ne? So. Bam. Ich habe ihn erlegt. Ihr könnt nix, ihr seid alles scheiße. Okay. Noch eine Errungenschaft. Bam Bam Bam. Auf der Jagd. Auf der Jagd. Abgeschlossen. Nice one. So. Erstmal hier noch ein bisschen streicheln. Gucken wir mal kurz auf die Map. Und dann gucke ich mal auf die Uhr. Und dann. Eine Kleinigkeit können wir noch kurz hier machen. Und danach sollten wir mal weiter gehen. Warum ist das hier so am Glitzern? Glitzere ich jetzt auch? Ist das da drin oder? Ne, das ist da oben, ne? Okay, dann gehe ich erstmal außen rum. Kann ich die Dinger auch zählen? Ne, wahrscheinlich, ne? Oh. Das, das war blöd. Ich wollte natürlich nicht ihn schlagen. Ich wollte hier die Dinger ein bisschen ausnehmen. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? So, jetzt geht's auch. War hier nicht eben gerade einer tot? So. Oh. Oh, oh, nice. Nice. Ich will haben, ich will haben. Mach schneller. Oh, 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 oh. Ich will haben. Aber, nein. Ich will nicht mich heilen, ich will ihn heilen. Oh, scheiße, ich werde sterben. Haben wir ihn erlegt? Leck mich im Arsch. Oh, scheiße, man. Tut mir leid. Oh. Verdammt. Fresh. Okay, ähm. Irgendwie klappt das nicht so gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, der würde uns härter auf die Eier gehen. Lauf, 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 lauf Ist er auch tot? Wieso hat das denn eben so lange gedauert? Jetzt geht es doch einmal so schnell. Was soll das? So, aber nice job. Okay, hier ist wieder so ein Vögelchen. Ich gehe jetzt erstmal da hoch. Ich hoffe, dass ich ihn nicht nochmal zensieren muss. Und dann würde ich sagen, da oben beende ich dann mal die Aufnahme. Für heute soll das denn reichen. Kann ich mich gleich wieder an Schneiden setzen. Bitte lasst hier keine Nacktotusse rumlaufen. Okay. Okay, jetzt hat das wieder. Ah, scheiße. Okay. Okay. Aber ich glaube, das sollen wir dann erstmal hier mit dem Verrückten reichen. Dann streiche ich hier noch einmal mein Gätzchen. Was mega sexy ist. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Nicht ausweichen. Peace. Ich bin hier gerade minimal verwirrt. What the fuck? Okay. Alles klar. Ey, nicht mich abwerfen. Ey, nicht mich abwerfen. Ich meinte...